so kurzer cut zu video vielleicht sieht es hier gerade mein pc ist wieder da mein guter alter pc ist wieder da warum der weg ist findet ihr vielleicht hier oben links oben irgendwo oder unten das video da warum der pc in den support schicken musste schade das gute ist er ist wieder da seit einem monat habe schon bei tik tok ein kleines video gemacht habe hier kabel ein bisschen versucht findet ihr auch irgendwo mein tfk account hat versucht alle kabel die ich schon finde zu verstecken und ging aber irgendwie sind immer noch kabel da aber ist mir jetzt auch schmurz egal ja was soll ich sagen alles funktioniert ich kann aufnehmen darum sagen ich kann auch zocken ich habe meine spiele wieder installiert haben auch ein mousepad gekauft von razer sieht schön aus und was soll man sagen es sieht perfekt aus pc ist da ja das einzige nachteil ist halt einfach nur ich weiß nicht was kaputt war also auf meine sinne finde ich das mit system datei bla bla findet ihr auch das video aber das ist nicht 100% ob das jetzt stimmt ich gucke auch rein ssd die ist da die ist auch wieder da alles neu so ist ja nicht neu sondern alles wird normal wie wenn der pc doch nicht in support gelandet ist ähm die haben also unseren hp hat leider kein bericht geschrieben warum der kaputt ist was kaputt ist was die ungetauscht haben vielleicht oder so weiß nicht aber erst wieder da funktioniert aber eine sache kein hate oder so aber gestern so um 17 uhr habe ich den pc aufgebaut alles angeschlossen und und ich habe halt hier so eine gute app wo ich alles sehen kann ich kann ja auch meine beleuchtung hier steuern und ich habe einmal hier also das was ich hier drinnen sieht beleuchtung und einmal hier was hier auch ist eigentlich ist es so dass die beleuchtung also es war gestern halt so leuchten sollte leuchtet jetzt jetzt leuchtet es wenn ich jetzt hier irgendwas mache jetzt mit sound macht es aber gestern ging das nicht auch egal was ich eingestellt habe ging nicht dann habe ich die ganz unten gesehen hier unten ist doch so ein klein mainboard ich dachte das ist vielleicht für irgendwas anderes dieser mainboard da unten was ihr da seht das ist dieser mainboard steuert ganze leds also von hier oben und hier unten und das eine kabel da das war einfach nicht dran es war so ab und ja leider haben sie es vergessen aber ich habe es hier herangemacht funktioniert alles fein die haben auch ein bisschen sauber gemacht warum sagen eigentlich nur um drinnen ist noch ein bisschen staub aber kommt egal aber er funktioniert und ich weiß nicht ob das video weiter geht oder nicht viel spaß lasse Bis zum nächsten Mal.